so jetzt geht es wieder ab unter die erde klauen wir den ägyptern wieder ihr gold ganz wichtig der letzte idiot ist nicht mehr rausgekommen ratet mal warum hallo wer was antworten würde mhm geld das gehört läuft da jemand ich komme wieder nicht rüber was passiert nein ich habe überlebt ach du scheiße jetzt müssen wir nach unten gehen stein runter gefallen alles hier will mich umbringen das ist so schrecklich was ist denn ich habe schon nichts aufgehört zu laufen was ist das wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du nee 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 aha Das wäre ja eh nichts passiert. Wenn der jetzt was gemacht hätte, ist ja noch viel schlimmer. Ganz ehrlich, das ist doch exakt das Geräusch aus helle Ringe. Da ist doch was! Oh mein Gott. Vom Ballruck. Es ist ja, Fackel ist auch... Ich bin wieder weg hier! Wenn der jetzt schon wieder Ufriss ist, wa? Äh... Was heißt schon wieder? Hab ich natürlich noch nie gesehen. Scheiße, das läuft! Was ist das denn hier für ne Party? Ach mein Gott, vielleicht schrückt mir wieder irgendwas ins Gesicht. Ich will nicht. Mach das... Ne, mach das nicht. Wo ist der hingelaufen? Machen die was? Ich weiß es nicht! Ich... Ich will... Ich will dem die Garnichter da rausklauen, Alter. Warte mal, wie... Das ist doch... Das ist doch ein weiterer Hinweis. Das hier. Der macht das Licht... Der lässt das Licht lockern. Nein! Ich werd gejagt. Der Geist jagt mich. Was ist das jetzt? Elektronische Störung. Rathos. Etis Rathos. Rathos. Etis Rathos. Etis Rathos. Alles klar. Tun wir die Scheiß weg. Nehmen wir mal den Fotoapparat mit. Nach dem Foto... Es lebt... Da ist nämlich irgendwas drin. Ich... Ich sag was. Irgendwas lebt da. Fuck. Puh. Schnell sein. Einfach rennen. Einfach schnell sein. Einfach schnell sein. Nein. Was? Ich war falsch? Ich war... Ich war falsch. Ich war... Ich bin falsch gewesen. Digga. Nein. Digga. Nein. Digga. Scheiße. Nichts. Siehtschütsu. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Haben wir hier schon? Kann ich hier ein Falschge... Das darf nicht wahr sein, der Schalter ist locker hinter irgendeiner Falle. Kann das falsch gewesen sein? Scheiße, wir können so nicht. Hört ihr das? Hört ihr das? Ach du Scheiße. Hört ihr das? Warte, ich hab so krass Gänsehaut. Fuck. Guck mal, das kann jetzt nicht sein. Die können nicht drauf gehen. Nein. Wir müssen da durch. Ja, das ist so. Guck. Was haben wir falsch gemacht? Bitte komm uns nicht entgegen, bitte komm uns nicht entgegen, bitte. Nein, hier ist was. Hier kommen wir nicht mehr raus. Hier kommen wir... Ah! Nein, hier kommt... Wir schaffen das! Nein, das ist so ein Typ! Wir sind so gefickt. Hier endet das bestimmt. Oh nein, gut. Was geht? Nein! Der ist klug! Nein! Das ist einfachig. Das ist einfach. Was? Ich krieg das nicht hin. Nicht mal mit Helm. Ja. Ja. Eine Runde... Reicht. X-mal nehme ich eine Waffe mit. Die root. Die runde.